Rama-Nathasana ist die Stellung des Meisters Rama. Es gibt einige Heilige, die als Rama-Natha bezeichnet werden und diese Stellung ist nach Rama-Natha benannt. Setze dich auf die Zehenspitzen, die Zehen sind etwas auseinander, gib die Knie nach außen und hebe die Arme hoch und falte die Hände oben. Dann schaue zur Nasenspitze oder blicke beständig auf einen Blick nach vorne. Das ist Rama-Nathasana, Gleichgewichtsstellung und Herzensöffnungsstellung. Du bist stark offen und mit Erde und Himmel verbunden im Gleichgewicht.